Na Jockel, da waren wir im Oldtimer Grand Prix und haben eine Demofahrt mit dem Brabham Bt52 und mit dem LMA mit dem V12. Ich habe den nicht gekannt, das war das erste Mal. Dann kommt er und macht einen Sitz, gut, bla bla bla. Dann sage ich so, das Auto brauche ich dir eh nicht erklären, weil du kennst ja, bist du lange noch drin gesessen. Ja, 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 sagt er, aber wo sind denn da die Pedalschiffe? Und dann war ich kurz so, weil manchmal bin ich ein bisschen ironisch und sarkastisch, aber war ein schlechter Zeitpunkt. Ich würde dann höflich sagen, ich war 99 nicht dabei, sage ich, aber seit 2012, wo ich da bin, schalt das Auto sequenziell. Probier das einmal und Ding, aber der hat das, der hat das für dich, der ist da eingestiegen und hat gedacht, das hat schon Pedalschiffe, sage ich, nein, das hat noch einen Schaltstock. Er war, Jockel war auch netter, es war in Ordnung.